Der Spider-Man Far From Home Trailer geht gleich los, aber wenn ihr Avengers Endgame noch nicht gesehen habt, schaut nicht weiter, denn es sind einige ernsthafte Spoiler drin. Aber wenn ihr Avengers Endgame schon gesehen habt, viel Spaß mit dem Trailer. Wohin ich auch gehe, sehe ich sein Gesicht. Ich vermiss ihn einfach. Ja, ich vermiss ihn auch. Ich glaube nicht, dass Tony getan hätte, was er getan hat, wenn er nicht gewusst hätte, dass du hier sein wirst, wenn er nicht mehr da ist. Wirst du der neue Iron Man? Oh nein, keine Zeit, binst du beschäftigt, euren Job zu machen. Was? War doch nur ein Scherz, macht weiter so gute Arbeit, denn ich mache jetzt Ferien. Zur Info, Nick Fury ruft dich gleich an. Ich will aber nicht mit Nick Fury sprechen. Geh ans Handy. Warum? Wenn du nicht mit ihm redest, muss ich mit ihm reden und ich will nicht mit ihm reden. Du hast Nick Fury zur Voicemail geschickt? Ich muss los. Du darfst Nick Fury nicht ignorieren. Na, ihr Pfeifen? Was geht? Wir reden gerade über den Trip. Ich stehe hier auf dem St. Markus-Plan... Oh! Ich glaube, MJ mag mich wirklich. Das erinnert mich an meine erste Liebe. Es ist äußerst schwierig, dich zu kontaktieren, Spider-Man. Das ist Mr. Beck. Wir hätten dich auf meiner Welt gebrauchen können. Ihrer Welt? Beck ist von der Erde, nicht von unserer. Das Fingerschnitten riss ein Loch in unsere Dimension. Wollen Sie damit sagen, es gibt ein Multiversum? Wir haben einen Job zu erledigen und du wirst mit uns kommen. Es muss doch einen anderen geben, den Sie nehmen können. Was ist mit Thor? Außerhalb der Welt. Captain Marvel? Nicht verfügbar. Aber ich bin nun freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft. Was soll der Mist? Du warst im Weltraum. Was willst du, Peter? Ich will zurück auf meine Reise mit dem Mädchen, das ich sehr mag und ihr sagen, was ich empfinde. MJ, ich... Bin Spider-Man. Nein, natürlich nicht. Ich meine, das ist doch offensichtlich. Du hast recht, du magst nicht bereit sein, aber ich trage die Verantwortung. Die Welt zu retten erfordert Opfer. Manchmal sterben Menschen. Oh mein Gott. Ich habe nur immer das Gefühl, dass ich meine Freunde in Gefahr bringe. Die Welt braucht den nächsten Iron Man. Bist du jetzt bereit oder nicht? Ich muss euch hier rausbringen. Steigt in den Jet. Wer sind Sie? Ich arbeite mit Spider-Man. Sie arbeiten für Spider-Man? Ich arbeite mit Spider-Man, nicht für Spider-Man. Neuer Plan.